ja leute willkommen willkommen kann man nicht mal jeden einstieg machen wird man direkt verklappt in ruhe die folge starten kommen die blöden ich vermöbel den jetzt der nächste wo ist der nächste ich will noch mehr da ich kaufe dich jetzt gleich noch so lange fertig bis ich kaufen kann der nächste das war's schon mehr habt ihr nicht drauf normal so lange bis man die kaufen ja auf jeden fall wie man sieht sind wir hier wieder zurück bei lego batman 2 und laufen ein bisschen durch die oberwelt hier sind überall so ein paar gebrochen wir haben jetzt aber leider keinen der uns diese dinge zusammenbauen können naja und uns erwartet der letzte kampf gegen joker und lex wenn er noch bock hat vielleicht auch noch dabei die schnauze voll hat vom joker wollen wir da mal hinflitzen stehen ich lauf mal zum roboter da ist wieder der mit der schwabbeltorte und robben rent ich bin fast da warum renne ich jetzt schief oh robben ist besoffen bin da bin da wer noch chaos auf den straßen von gotham dream lantern the flash und cyborg stürzen im kampf gegen den joker auf einem riesigen roboter von der spitze des wayntower superman und wonder woman bemühen sich verzweifelt das einstürzende gebäude aufrecht zu halten batman und robben hoch über der stadt in einer schlacht gegen bösewichter lex luther die präsidentschaftskandidatur untersagt aber zunächst das wetter warum reden die so schnell boah flash würde ich ja auch mal gerne spielen und warum schläft superman umgefallen haben wir flash jetzt dabei wie cool wo bin ich Asha hier ist was für jemanden der strong ist wie kann man die Dinger kaufen wie heißen die roboter kann man kaufen ja ja kauf was ist denn das hier warte mal was ist denn das hier warte mal oh geil das sind 10.000 da wer konnte nur irgendwelche sachen wer konnte denn löschen wer ist auch nicht strong äh löschen kann superman superman ist auch strong und cyborg ist strong glaube ich ja ja doch b hä ja immer wieder aber das kommt gar nicht ah das ist seltsam ja oh minikit ich brauche elektro ich brauche elektroanzug aua ich bin ins feuer gelaufen oder so der liegt hier sogar der elektroan hier liegen anzüge von uns vermutlich unter dem schwarzen zeug was kann denn wo was kann wonder woman halten sie x gedrückt mit der boomerang krone achso hä wonder woman kann fliegen ja die geht ja steil nach oben oh und also flash kann also flash kann nur schnell laufen ja wonder woman hat irgendwie eine boomerang krone kann ich jetzt aber leider nicht ausprobieren weil ich nichts habe um es an zu boomerangen oh und die ist auch invincible oh da ist ein ding das kann der cyborg doch wegblasern ach der cyborg kann das ich die ganze zeit nach superman dünn 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 superhelden da ist mein anzug aua ich bin ins feuer gelaufen kautioni es ist heisi zeit für den elektro anzug zeit für den elektro anzug äh kann hier die hand rein bitte hallo danke äh irgendwelche franzosen was die sahen aus wie diese fantamie-mütige antworten mit dem lasso der wahrheit ziehschalter benutzen Der hat ein Herz getrobt! Ich bin der Herz! Entschuldigung, habe ich sie geklaut? Ich bin voll. Warum habe ich so wenig Punkte? Du kannst Zielschalter benutzen hier, Wonder Woman. Mit dem Lasso der Wahrheit. Und was ist das Lasso der Wahrheit? B? X gedrückt halten vermutlich. Was ist das? Wo ist denn jetzt das Ding, was ich mit dem... Ach so, da hat er die Hand vor. Guck mal, da oben ist auch was. Da musst du strong sein. Ich bin doch... Wonder Woman ist doch bestimmt auch stark, oder? Wonder Woman ist doch garantiert strong. Wer invincible ist, ist auch strong. Ich kann gar nicht mehr reden. Was ist denn los hier? Oh, sie hat irgendwelches Kryptonit-Suppe gemacht. Ach, Superman liegt auf dem Boden, weil er doch durch die Brust von dem Roboter geflogen ist. Das habe ich schon wieder vergessen. Ich kann mal... Ich versuche jetzt was für... ...den Baum, oder? Für Green Lantern, ja. Ah, was baut er jetzt für kleines? Was ist das? Ein Pömpel! Ein Pömpel! Ja, jetzt pömpelt er den Roboter an. So, jetzt muss ich wieder... Cyborg werden. Ah, ich bin Wonder Woman, äh... Da, so. Ah! Nichts. Ah! Nichts! Ah! Juuu! Juuu! Ähm... Ah! Lass wo der Wahrheit! Batman hat auch eins. Haha! Grün! Ah, Magnet! Das kann... Wahrscheinlich auch Cyborg war das, ne? Ah, ja! Der ist... Also den finde ich auch ziemlich gut. Also ich finde alle doofen, außer Batman. Hahaha! Ja, eigentlich ist Batman doch auch ganz allein, ne? Uh! 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 Sind das mehrere Robin-Anzüge und Franzosen? Haha! Hat er gerade auf das Bauteil gehauen? Juuu! Ein paar Moneys über hier! Also der Autisten-Anzug? Der Autisten-Anzug? Der Autisten-Anzug! Hier rechts ist auch ein Loch für dich. Ja! Ja! Akrobatik-Anzug! Yay! Hier! Hier! Ich dance für dich! Mach mal die Hand hoch, bitte! Hand hoch? Ja, die Hand hier! Also... Bin ich jetzt... Angedockt? Ähm... Ja, wahrscheinlich doch! Muss was machen jetzt, oder? Ja, Wonder Woman ist klar. Passiert irgendwas? Nö. Okay. Dann musst du wahrscheinlich hier links hochklettern. Ja, bei diesem blauen Ding. Ich dachte, das wär was für den Aut... Ähm... Ja, aber das ist noch nicht fertig. Ach so... Sorry, dann war ich etwas übereifrig. Ah! Huch! Ihhh! 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 Noch mal die Suppe! Mhhh! Bah! Green Lantern! Ah! Nicht Wonder Woman! Nicht Robin! Ah! Geh doch mal weg da! Jetzt! Oh, Mannis! Hä? Braut er jetzt sein? Hammer! Hammer! Wie konnte er sein Face nicht? Uh! Bah! Oh, bah! Falle einfach unter Grillz! Mach! Tja! Le Joker! Aua! Er hat mich mit einer Sprengtorte erwischt. Aua! Au! Ah! Was kommt denn runter? Ah! Was ist das? Oh nein! Links ist der Joker. Aua! Ich bin kaputt! Okay, ich auch. Aber wir haben ihm schon ein Damage gemacht. Irgendwann mal. Mich kannst du nicht anelektrifizieren. Ich bin unelektrifizierbar. Toll! Ich wurde zermatscht. Ach, das ist Green Lantern. Oh, ich hab Green Lantern verkloppt. Aua! Okay. Uh! Oh! 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 So! Komm her Joker! Gib mir die Hand! Hau ihn! Komm! Nicht mich! Nur ihn! Haha! Aua! Ich komme! Hup! Jetzt bin ich Cyborg! Wir haben ihn! Yes! Wow! Green Lantern! Schaubert! Oh, der pennt erstmal! Was ist das? Mehr hast du nicht drauf! Der super Leg Spot! Oh nein! Okay, müssen wir uns unter diesen schwarzen Dingern verstecken, damit er die aufsqueezelt oder was? Boah! Ja, er zielt dahin! Bleib so stehen! Perfekt! I guess that's something! Oh! Kaputt gegangen! Ja! Er macht das zweite kaputt! Jetzt habe ich Robins doppelweise gebaut! Okay, hier hinter verstecken! Vielleicht macht er das nächste kaputt! Oh, da fordert auch was! Vielleicht! Ja! Kannst dann gehen, wenn du willst! Es ist irgendeine Stadt! Aber ich komme da nicht ran! Ah! Er steckt fest! Okay, ich habe dir auch nichts gebaut! Irgendwas! Ja! Aua! Alles klar! Du musst als Robins wahrscheinlich da rein jetzt, oder? Oh Mist! Ah! Du kannst jetzt das X lenken! Wisst ihr das? Ich wollte den Kreis nicht so auf ihn lenken! Oh yeah! Das war nice! Ja! Weiter so! Sehr schön! Wir kriegen dich zu blöder Lacken! Super Roboter! Ah! Ja, weiter so! Du machst dich down! Wow! Der regeneriert aber ganz schön schnell! Okay! Ja, jetzt fällt er noch auf mich! Ah! Er ist zu lange auf gewesen! Jawoll! Und nochmal! Okay, jetzt warte wo er hin springt! Was? Du hast jetzt noch? Du hast zu lange auf dem Schlauch! Oh nein! Oh nein! Wir haben doch noch mal etwas! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja vor allem, der hat ja auch noch gar kein Herz verloren bisher. Aha, da oben ist was. Kann man da, aber da muss ich doch mit Cyborg hier, das muss doch scheuen. Oh nein. Ah, ich will da auch ein Cyborg hin. Na toll, das ist ein Minikit. Oh. Oh Mann. Das brauchen wir ja jetzt. Ja, da ist schon wieder voll. Na gut, wir machen mal eine kurze Verschnaufpause und denken nochmal darüber nach, wie wir hier vielleicht fortfahren können. Und in der nächsten Folge berichten wir euch, wie es weitergeht. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.